Herzlich Willkommen hier zu Heroes of the Storm, beziehungsweise HOTS, wie man sie auch nennt. Wir spielen diesmal mit Chen. Ich muss gerade mal gucken, wie spielen wir gegen die KI. Ich will hier erstmal ein bisschen Übung kommen, dass wir mal so ein Online-Spiel spielen. Mit Chen, genau, jetzt sind wir einfach mal bereit und gucken. Jetzt gucken wir mal, wer so mitspielt. Aha. Das sieht halt schon krank aus, irgendwie so richtig fett, muss man einfach sagen. Wir spielen wieder nur dieses eine Spiel. Aua. Und gucken mal, wie das Ganze so läuft. Macht auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Muss ich einfach sagen und wir versuchen jetzt mal die ganzen Helden durchzuspielen. Das ist der dritte Part, glaube ich jetzt. Ich hoffe es natürlich gefällt euch. Wie gesagt, das ist das Ganze für Anfänger. Ich will das jetzt wirklich von Anfang an mit euch aufnehmen und durchziehen. und gucken, wie weit wir kommen, wie weit wir erreichen werden. Mal gucken. Bin ich gespannt. Genau. Jetzt ladet das Ganze mal bitte. Danke. Dann können wir hier mal beginnen. Okay. Okay, cool. Sammeln wir unser ganzes Sach mal ein hier. So, wo ist die? Ganz woanders eigentlich. Da, Trivelox. Komm mit. Wir sind ja Fernkämpfer. Und gehen wieder voll in die Offensive. So soll das sein. Danke. Hat der super funktioniert. Jetzt schreibt er die ganze Zeit. Ich will nicht, dass der schreibt. Das ist mit D. Stärkendes Gepreu. Das ist geil. D. Geiler Scheiß. Nur der Tod wird dich meinen Klauen entreißen. Wer kommt? Wer kommt? Dann greifen wir den einfach mal an. Da geht es ja richtig ab mit denen. Ja das mal jetzt kommt. Oh das war natürlich jetzt Optimus. Ja das reicht gar nicht so weit. So will ich das sehen. Oblivion. Können wir das bitte weitermachen. Nehmen wir mal wieder den Heiltrank. Wieder ein bisschen Heiltrank. Wieder ein bisschen Heiltrank. Heiltrank. Bitte. Zum Glück haben wir den. Der ist super. Aber ich finde den Shen. Ich weiß nicht. Also da bin ich bis jetzt noch nicht so überzeugt. Da war der im letzten Part auf jeden Fall viel besser. Das überzeugt mich in keinster Weise. Aber wo sind jetzt die anderen. Die sind da ganz drüben. Ich weiß gar nicht warum verteilen wir uns denn überhaupt so. Das macht doch gar keinen Sinn meines Erachtens irgendwie. So. D. Q. Oh scheiße. Jetzt bin ich da drüben. Das will ich doch gar nicht. Jetzt bin ich da drüber gesprungen oder wie. Ach der muss es erst leerträgt und dann wirkt es. Hä? Das verstehe ich irgendwie nicht. Der Heiltrank, das im Wasser hält pro Sekunde 40 Gebräu sowie vorübergehend 280. Ich muss da glaube ich nochmal zurück. Ich glaube ich gehe mal da lang. So. Äh. Was haben wir das mal eingesammelt? Ach da ruft gerade jemand an. Es tut mir leid. So. Da sind wir wieder. Das ist sowas hasse ich immer wenn jemand anruft. Aber ich habe da jetzt keinen Bock zu schneiden deswegen. Und ihr werdet mir dabei sein. Uuuuuh. Genau. 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 So. So. So will ich das an mich sehen. Das könnte ja ewig lang dauern bis wir da mal fertig sind. Aber ich komme mit diesem Chen komme ich nicht so klar. Ich weiß nicht. Der gefällt mir irgendwie nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut. So. Jetzt bin ich wieder da drüben. Das war überhaupt nicht meine Intention da rüber zu gehen. Da müssen wir ewig warten. Wir müssten denen doch eigentlich helfen. Aber das Viech ist schon irgendwie lustig. Finde ich cool. Aber da bräuchte wohl jemand bisschen Support. Und den wollen wir natürlich jetzt auch geben. uns verfolgt das Licht. Das ist er. Das ist ja geil. Okay. So weit hat es eigentlich gereicht. Ah. Ah. Ja. Soll ich das jetzt mal an. B. Das auch. Ha. Genial. Zeek. So will ich das sehen. Aber das. Aber das. Äh. Irgendwie ging das ein bisschen zu schnell. Tichos. 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 Diablo. Gegnerisches Team. Okay. Alles klar. Äh. Wir waren auf dem letzten Platz. Das war mir natürlich. Äh. Logisch. Klärchen. 16, 20. Hat niemand erreicht. Okay. Alles logisch. Alles klärchen. Ähm. Ja. Ich komme mit dem auch gar nicht so klar. Muss ich sagen. Mit dem Chen. Irgendwie. Das ist nicht so mein Ding. Ähm. Dann war es es auf jeden Fall. Ich mache das mit diesem einen Helden am. Äh. Pro Part mache ich auf jeden Fall. Dann war es das schon für diesen Part. Da ging es diesmal nicht so lang. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Da spielen wir mit äh. Falstad. Äh. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.